einen wunderschönen willkommen zu einer weiteren folge von quantum konundrum ja keine ahnung wo er beim letzten mal hier stehen geblieben ist als wir aufgehört haben wir schauen einfach mal okay das hat doch irgendeine bewandtnis oder aber welche und muss ich das hier machen oder auf alle fälle war da drüben ist okay wir haben leicht haben wir auch damit fliegt das ein bisschen höher und wenn wir schwer machen fliegt es ein bisschen genauso hoch ich verstehe ich verstehe glaube ich glaube ich und eins zwei drei haben wir so wie weit geht es doch ach so können wir den wir könnten den flusche ich gucke gerade okay so nicht ich könnte aber okay dass das hat das ging zu stellen die idee war gut die idee war gut die idee war gut okay aber ihr wisst was ich meine jawoll oh ähm ähm bleib hier ähm ach wir ah moment wir brauchen das bus rüber werfen sehe ich gerade okay was 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 oh die tür die tür die tür die tür ähm äh 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 okay hat geklappt mhm 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 und jetzt war was aber hier 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 ähm ok ok was macht der knopf hier ach quatsch ah was 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 so ähm Go, go, go! Ja, ja, ja. Ähm. Oh. Okay, das war nicht gut. Du bist gestorben mal wieder. Etwas wirklich Fantastisches erleben, von dem du jetzt noch gar nicht weißt. Du bist tot. Das ist, ähm, ja, ähm. Die Idee ist gut. Eine Ausführung hapert es noch ein bisschen. Wir müssen uns das mal angucken hier. Hm, so. Was passiert da genau? Was passiert da genau? Wir müssen noch ein Stückchen weiterspringen. Das heißt, ich muss eher anfangen. Warte mal. Ähm, go! Ähm. So, ähm. Oh, das schaffe ich niemals, oder? Und? Nein, das schaffe ich nicht. Okay, wir müssen... Ah, warte mal. Müssen wir uns vielleicht was mitnehmen? Doch, wir müssen uns wahrscheinlich was mitnehmen. Hu, 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 hu. So, äh, hier so einen zweiten. Huch. Oh. Mist. Okay, ähm. Und. Ähm. Throw! Nein! Oh, guck mal. Ich, äh, äh, nein. He, 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 he. Oh. Okay, das wird spannend. Ich glaube, das wird noch tausende Versuche hier beinhalten. Oh. Auf alle Fälle müssen wir uns das Ding... Ähm, go! Throw! Nein! Nein! Warum ist der so schnell weg? Ich muss ganz schnell... Ich komme hier mit den Tasten durcheinander. Okay, wir prob... War das jetzt ein Schaden nehmen, oder was? Wir probieren das Ganze nochmal. Hm, 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 hm Das wird doch mal in Ruinen werden. Na, so. Ich bin nicht so schnell mit den Tasten. Ja, ja. Hm. Oh Gott, das wird, wird schlimm, wird das. Hm. Ja, ich, ich fliege ja schon. Ah, ich komme immer auf die falsche Taste. Kann man die nicht umlegen? Das wäre, glaube ich, viel besser. Ich löse das immer nur, oder hebe das wieder auf, statt auf Zeit zu gehen. Nee, auf Zeit zu gehen hier, so. Ärgerlich. Drei, zwei, eins. Ja, ich go, ja. Okay. Na, super. Ah. Ich werde es nie begreifen. Und wir haben, wir haben ja das letzte ja überhaupt noch nicht, ja. Also, wenn das alles hier hin und her geht. Eins, drei, Q und E. Oh. Ja, ich bin noch dabei. Okay. Das muss klappen. Wobei, ich könnte ja versuchen, hier an der Seite... Oder... Oh! Was ist mit dem Fisch hier? Der ist gelangweilt. Und... Da hat er einen Würfel. Okay. Ist ja cool. Ist ja wirklich cool. So. Hammer, 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 hammer. So, er speichert. Und er lädt. Und er lädt. Hast du nicht durch diese Halle gesehen? Ach. Diese Halle sind alle die gleiche zu mir. Ja, genau wie die hier. Mann, 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 Mann. Freiwurf. Ach du Gott. Ach du Gott. Was kommt hier raus? Boxen. Boxen. Ich ahne was. Sowas ähnliches hatten wir schon mal. Damit wird... ...die letzte. Okay. Pass mal auf. Achtung. Ähm. Und... Huch. He he. Ich hoffe, das... Ja, ja, ja. Ah, das ist nur die. Oh, wir haben ja da noch eine. Ach so. Ach du Gott. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Oh. Schlappel du. Und... schnappel du. Ich hoffe, das geht. Ne, ich glaube, das muss ich von oben machen, ne? Ja, das muss ich von oben machen. Okay, dann legen wir uns die nochmal wieder zurecht hier. Ja, 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 ja. Ich komm gleich. So. So. Ähm. Und. Hupp. Und. Hupp. So. Geht hier aus? Ja, da. Geht aus? Okay. Komm. Nein. Nein. Habt ihr das gesehen? Der, 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 der... Ach, überhaupt. Ach, Mensch. Hahaha. Das war so gut. So. Einer ist wieder hierfür. So. Und der andere ist da oben. Irgendwie hat das nicht ganz geklappt hier. So. Nochmal. Eins. So. Zwei. Der geht nicht hoch. Guck mal. Der geht gar nicht hoch. Warum nicht? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ist hier hinten noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Oh. Cool. Was ist das? Wow. Warum speichert denn der? Ist das süß. Warum speichert denn der die ganze Zeit? So. Ähm. Ach so. Ja. Na klar. Na klar. Huch. So. Moment. Oh. Ne. Äh. Äh. Normal. Ganz normal. So. Jetzt probiere es nochmal. Okay. So. Äh. Mist. Ich verstehe. Glaube ich zumindestens. Ähm. Äh. 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 Der macht leider genau die Gegenüberliegenden. Bei dem ist ja egal. Bei dem ist es ja egal. Ähm. Hoff ich mal. Und. Ähm. 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 Sehr gut. Hoch, reich. Ähm. Ähm. Ja, und nun? Muss das hin? Achso, da oben. Glaube ich. Warte mal. Ähm, nein. So. So. Da geht gar nicht. So, das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit. Ich probiere es mal hier. So. Und. Und nun? Was haben wir nun? Achso. Nee, Moment. So, ne? Und. Hui. So, was ist jetzt passiert? Was passiert denn jetzt? Ja, ne? Bloß eine Tür da oben. Achso, warte mal. Mit dem. Ah. Ähm. Mit ihm hier, ne? So, pass auf. Ich glaube, mit ihm können wir versuchen, hochzureisen. Ja. Ja. Die Frage ist. Ach, das ist doch gemein. Wir könnten probieren, aber das auch zu. Das kriegen wir gar nicht geworfen. Das kriegen wir nicht geworfen. Ähm. Aber was tun? Was tun? Wie tun? So, wir brauchen alle drei, damit wir die Schlösser hier aufmachen. Okay. Ähm. 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 Aua. So, aber wie tun? Wir bräuchten theoretisch... Den. 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 Den bräuchten wir noch mal da oben, glaube ich zumindestens. Können wir hier mit? Aber wir können uns den nicht haben. Ah, doch, warte mal. Ähm. Ach, komm. Das war doch schon... Das war doch schon zur Hälfte fertig. Oh. Oh, danke. 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 So, wir probieren es noch mal. Und. Ha, 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 ha. So, das heißt, wir könnten jetzt probieren, dass es klappt. Und. Ah. Okay. Wir probieren es noch mal. Somitens scheint es im Kern zu funktionieren. Nein. Ah. Aber. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich nur um ein paar tausend Stunden. So. Aber ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Oder ist eins von... Das war zu schnell. Ach, Mensch. Dodecahedrin. Hm. Hm. Try saying that three times fast. Dodecahedrin, Dodecahedrin, Dodecahedrin. Hm. So, jetzt mal. Ach, bin ich der's nicht sprungen? Oh. Oh. Dodecahedrin. Hm. Try saying that three times fast. Ja, ist, ist gut. Ich kenne ich... Nein. Oh, das ist doch Horror. Das ist doch Horror. Oh. Und so. Okay, jetzt aber. Bitte. Achtung. Und... Boah. Boah. Ja, ähm. Hä? Äh... Sag mal, warum... Hä? Das ist doch bestimmt nicht so gewollt, oder? Wir müssen doch die Türen aufkriegen hier irgendwie. Die kriegen wir nur von dort drüben auf... Hä? Ach so. Ach so, warte mal. Ähm. Oh. Ach so. Ach so. Ach so. Wozu in der Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? So. Jetzt aber nochmal. So. So. So, das bleibt aber jetzt. Ah. Oh. 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 Okay, jetzt gibt es ein Problem. So, nochmal hinstellen, nochmal hinstellen. Ich hoffe. Das Problem haben wir ja nicht mehr. Aber das können wir mal gucken. Achso, da hätten wir... Das würde funktionieren. Okay, okay, okay. Was? Was war das für eine Klospülung eben? Das würde funktionieren. Warte mal. So, wir brauchen nur den Ball. Ah, das ist nicht... Ball, nicht festhängen. So, Ball. So. Achso, Energieball. Das ist ja hier unser... Und... Pass auf. So, dann machen wir... Achtung, und... Kuh. Jawoll. Ich mache folgendes. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.